Hä, gibt's zwei von denen? LUL! Es gibt wirklich zwei von denen! Ich bin halt Hacker, hab ich ja gesagt. Hab ich grad zwei auf einmal ehrlich? Ja, ich hab zwei auf einmal ehrlich! Ich hab zwei Pfeile! Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Blutbücher Gaming-Tumor und ich bin Hacker und mach ohne Schlagen das kaputt. So. Ähm, ja, wir spielen One in the Chamber und auf meiner Hass-Map. Ich mag die einfach nicht. Könnt ihr euch nicht einfach alle verpinkeln? Erwischt. Was hast du denn? Okay, okay. Okay, okay, das ist nicht schlecht. Boah, jetzt haben wir so alle drei Kühn zum schönen Lug. Nein! Okay, okay. Okay, das läuft nicht schlecht. Okay, jetzt kommen wir mal. Jetzt schläf ich wahrscheinlich das erste Mal. Nein, doch nicht. Ich bin halt Hacker, hab ich ja gesagt. Hab ich grad zwei auf einmal ehrlich? Ja, ich hab zwei auf einmal ehrlich! Ich hab zwei Pfeile! Oh. Oh, schade. War da nicht getroffen. Okay, ich hatte zwei Pfeile. Lol. Ja, genau. Leide ich denn mich noch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ha! Hier ist der Beweis. Ich hacke einfach nicht. Der hat ja vorhin noch geschrieben. Bitte nicht hacken. Aber hier ist der Beweis. Ich hacke einfach nicht. Gewischt. Das sieht man doch eindeutig. Nein. Ich bin einfach mal gut in PKP. Das ist alles. Nein, nein, nein. Der hat mich erwischt. Nein, jott. Komm. Mann, der erwischt mich jetzt aber rein. Uhuhu. Oh, schade. Ja, okay. Jetzt muss ich eigentlich noch mal was erzählen hier zu YouTube. Ich konnte kein Video laden, weil ich einfach nicht viel Zeit dazu hatte. Ich war einfach den ganzen Tag weg. Und deswegen. Oha. Nein, ich habe den nicht erledigt. Ähm, ja. Deswegen hatte ich einfach... Oh, Mann. Deswegen hatte ich einfach nicht viel Zeit dazu. Und ja. Heute kommt auch nur ein Video, weil ich einfach nicht viel Zeit habe. Der habe ich nicht gesehen. Jetzt bin ich davon... Wenn ich mal wieder über was anderes spreche, bin ich halt nicht so gut. Oh. Doch. Ja. Ähm. Nein. Ja, und... Deswegen. Und ich hoffe, es gefällt euch, dass ich jetzt in 1080p rumlade. Ja. Da habe ich mich dazu entschlossen, weil einfach... Es nur 10 Megabyte mehr sind als... Sonst. Und... Als... Auf 27 Pion habe ich gesagt, okay. Geil. Machst du, ne? Und ihr habt ja auch was davon. Und... Ja. Was, GG? Wieso GG? Was ist vorbei? Achso. Wir haben gewonnen. Ja. Ähm. Dann setze ich jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Wieder. Tschüss. Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufmerksamkeit. Blutbecher Game TV oder eigentlich die zweite Runde von One of the Charm. Ich bin mal sicher, ob wir heute was abräumen können oder ob das jetzt eine Fail-Runde wird. Wie sonst immer. Aber hier meine Lieblings-Map. Ah. Juhu. Endlich. Wie heißt die eigentlich? Das muss ich mir aufschreiben, damit ich dafür immer voten kann, weil ich vote. stillen. Stirb. Oh, schade. Oh, oh. Chillt halt. Chillt halt. Chillt halt. Nein. Nein. Ja. Ja. Schade. Schade. So. Wir gucken hier raus. Hä? Okay. Ah. Okay, von innen. Nochmal, erledigt. So. Nochmal. Nein. Okay, zwei Pfeile. Das ist ja alles. Cool. Immer noch zwei Pfeile. Immer noch. Hehehehe. Das ist doch nice. Nein. 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 Aber das war nicht schlecht gerade. Chillt, 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 chillt. Hier, den wollte ich fertig machen. Der wollte ich fertig machen, weil der so aussieht wie Tim. Und das ist uncool. Nein, 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 nein. Oh man, dieses Soul Sand. Ernst. Okay, ich bin zweiter. Das ist doch nicht schlecht. Ich dachte, das wird wieder so eine Fehlrunde. Aber auf dieser Merke bin ich einfach unschlagbar. Hö, hö, hö. Noch. Mehr zweiter. Nein. Hab ich den erwischt? Nee, ne? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Was machst du denn? Ich wollte doch jetzt schön Kill machen. Und dann schießt du mich ab. Hallo? Für wen hältst du dich denn eigentlich? Für was Besseres oder was? Nein. Komm. Ja. Was ist das denn für ein PvP? Nein. Was hier? Chill. Nein, nein, nein. Oha. Ja, okay. Okay, jetzt zweiter. Das ist doch alles schönes gewesen. Ich glaube, ich hänge noch eine Runde da hinten dran, weil es einfach so schön ist. Und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Hallihallo, Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde. Und ich wollte mal zeigen, dass ich voll der Bugmaster bin. Aha. Das ist doch ein Bug bei dieser Laterne, oder? Sock. Oh. So. Schon wieder an diese Map. Nein. Hä. Ich muss... Ich lasse jetzt irgendwelche Webmap. Schnell, Junge. Schnell, Junge. Schnell, Junge. Oh, hätte ich den erwischt. Hätte ich den erwischt. Oh, Junge. Oh. Habe ich den erwischt? Habe ich den erwischt? Oh, lol. Habe ich den erwischt? Oh. Hä? Gibt es zwei von denen? Oh. Es gibt wirklich zwei von denen. Und für das LP. Lol. Beide so gleichzeitig. Nein. Immer so übelst knapp, ey. Was ist weiter? Ich sage, dann bin ich wieder Nächster. Bugge mit in der Wand. Ja, super, toll. Ja, ist halt klar, Junge. Chill. Oh, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte einen Fall. Warum habe ich den nicht geschossen? Ich wusste es. Okay, gut. Huh. Ich wusste es einfach. Ich wusste es einfach. Ich wusste es einfach. Mario, Mario, Mario. Mario. Nachmann, der besiegt mich einfach immer. Braunpilz, ey. Und es gibt zwei dieser dämlichen Skins, die sehen voll fies aus. Da habe ich mich einmal eben erschrocken. Lol. Sieht ja auch in so einem so einem Baum aus. Nein. Ich glaube, das sind auch so irgendwelche Freunde oder so diese Brüder auch, die so zwei Accounts haben und sich dann über den Skins gemacht haben. Und mein Bruder und ich. Und einfach nur ein Grün. Nein, das war knapp. Okay. Ich würde sagen, das war es von der Runde oder ich weiß es nicht. Hängt noch einer hinten dran. Nein, ich glaube, das war es. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Tage. Und zwar morgen, wenn ich denn Zeit habe. Ich glaube aber schon. Oder nicht. Nee, ich glaube nicht, weil ich habe nämlich keine Zeit morgen. Weil ich morgen eigentlich lange Schule habe. Und ja. Und deswegen geht das morgen leider nicht. Montags geht es einfach nicht. Ja, gut zu wissen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und ja, zum nächsten Part war es noch ein Chamber oder was auch immer. Oder Paintball, wenn das mal offen würde, wie. Aber das gibt es immer noch nicht, ja. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Und tschüss.